Es ist tatsächlich soweit. Wir sind am Ort des Geschehens und wir gehen jetzt rein. We're going to the Oktoberfest. Ja, glaubst du, wir können das Wasser mit reinnehmen? Das Wasser nicht, ne. X, 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 OK, 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 OK. Warte mal, warte mal. Oh, nee, das war nicht gut. Da war zu viel Luft. Mein Ziel ist es heute, viele besoffene Leute zu interviewen. Das ist so... Ja, ja, genau. Das ist mein Ziel und meine Erwartung auch. Und ich hoffe, dass wir da nicht allzu viele Probleme bekommen und irgendwelche besoffen unsere Kameraklouen oder Egos in der Richtung. Ja, guten Tag. Wir haben bei der Stadt angerufen und haben gesagt, wie ist das mit Tränen-Genehmigungen? Die haben gesagt, man braucht keine Tränen-Genehmigung. Nur der Anstich, den dürft ihr nicht fehlen. Deswegen haben wir den leider verpasst, so. Deswegen können wir euch leider den Anstich nicht zeigen. Also wie das erste Fast Bier aufgemacht wurde. Aber alles andere dürfen wir. Jetzt gehen wir rein. Okay, da geht's schon los. Da geht's schon los. Das möchte ich einmal, dass ihr einmal präsentiert. Das große Eingangstür. Oh, jetzt geht's los. Pass auf, pass auf, stopp. Ganz kurz, wieso werden wir eigentlich immer durchgelassen? Wir machen, also wir könnten doch legit als, wir können doch schwer kriminell sein, einfach nur ein Ding in der Hand halten, was nicht läuft. Ja, die, ähm... Also ich check's nicht. Die wissen einfach, dass wir einfach an Luschen sind. Erst mal die Map laden und, ähm, und dann schauen wir, wie wir das Ganze, äh, ja, discovern. Wir müssen ein bisschen abchecken. Richtig. Ich, ich bin halt, lass... Sollen wir, sollen wir einen kleinen Blick in das Zelt einwerfen? Ich will eigentlich schon reingehen. Ja, lass uns mal gucken. Wir drehen so eine kleine, äh, äh, Reportage. Können wir in das Zelt reingehen? Okay, dann werden wir dann fertig. Ja. Also ein Maß wollen wir uns hier auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall gönnen. Das, das gehört zur Experience dazu. Ein Maß ist, denke ich, drinnen, aus journalistischen Gründen einfach. Ich hab auch auf jeden Fall nicht das Ziel, mich heute zu besorgen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Willst du dich hier, hier besaufen oder was? Dir die Hacke geben? Nee, ich bin, ich leb ja gesund wie du. Mein Tagesziel ist heute, hier auf jeden Fall von irgendwelchen Fremden an ihren Tisch eingeladen zu werden. Ja. Und, und, und kostenlos bis zu bekommen. Oh, da ist, ey, da ist, ey, das müssen wir machen. Die Distel. Autoscooter. Autoscooter geschrieben. Wann hab ich in meinem letzten Mal, das letzte Mal in meinem Leben Autoscooter geschrieben? Soll ich sagen, wann ich das letzte Mal gefahren bin? Sag mal. Da hab ich Gehirnerschülle rumbekommen. Geht drauf, ne? Alles auf, äh, alles auf, äh, alles auf, am Ende. Kommen die gut weg? Äh, die, äh, die Gebäcke hier? Ich hab's wieder aus. Wie bitte? Ich hab's nicht verschassen. Ich hab's, ich hab's auch, ich hab's wirklich gekauft. Oh, okay. Also die hatte gar keinen Satz. Wie viel Uhr ist es? 13 Uhr? Boah, jetzt ist es jetzt schon laut und voll und alle sind besucht. Die, die schmeißen, die schmeißen, die wollen die Leute, die, nicht, dass die Leute auf den Tischen tanzen. Die Security hat keinen, keinen ruhigen Moment. Und dann haben wir die Pfeifen, die Pfeifen, die hörten niemand. Doppelt ab, verhaftet. Du warst derjenige, der auf dem Tafel. Ja, ja, ja. Du bist laut oder was? Ja, wir beide waren. Wir beide haben gelegt. Ja, ja, ja. So, was sollst du jetzt machen? Ja, ja. Ich meine... Ein Atterbreak. Es ist ein Atterbreak. Wie geht es dir? Wir müssen hier eine Tafel bekommen. Ich bin in diesem Tafel seit 6 Stunden. Nein, wirklich. Es ist schön zu sehen. Gib mir 15 Minuten. Wir sind zurück in da. Die sind vermutlich schon an drei Zelten vorbeigelaufen, ne? Es gibt die 17 Zelte. Vermutlich wissen wir von manchmal gar nicht wie. Das ist das Zelt. Ja, ja, ja. Offiziell ist ja auch hier um 23.30 Uhr Schluss, ne? Ja, ja. 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 An alle die Zuschauen. Ja, ja. Wünsche, dass die Böden nicht... Geh, spätet ihm alle Geld. Alles Geld, lass ja. Alles Geld, lass ja. Spätten, er ist die Böste. Ich glaube du bist der sexieste Mensch, dem wir bisher noch auf den Kisina haben. Nein, danke. Aber wo? Wir gehen jetzt in Schatten haben. Bier. Wann hast du angefangen? Wann hast du angefangen? 2, 3, 3 und 10. Ah, jetzt kann ich was sehen. Hallo, was geht ab? Kaufe! Okay, bis später, Leute. Bis später. Sehr schön, auf drei, ne? Ach, du Heilige. Ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir das nicht angucken. Was? Da geht doch mal. Da geht doch mal. Komm on, push dich. Jawoll! Jawoll! Ich bin gerade bei Ronny Berger im Stream. Wie geht's dir? Sexy siehst du aus. Danke dir. Mir gefällt das mit dem Hemd so. Darf ich mal? Ja klar. Joni, wie geht's dir eigentlich gerade so? Gut, gut, selbst? Ja, ne? Muss. Weißt du Justus? Nein, Leopold. Ich grüß. Ah, nein! Ich glaub es ist nicht krass. Nein, klar! Das ist nicht krass. Das ist krass. für 10 Euro kommen können! Weißt du hier gibt es irgendwas vegan? Ich habe es mir überlegt, wie das ist. Pommes! Ja, ne, ne, die sind wahrscheinlich auch einen Schweineschmalz gebraten oder sowas. Adios! Los geht's! Rausguck! Rappapp! Leetcha! Ich hole mal kurz gucken, was sie haben. Einmal für Pascal, Ehemutter Pascal, sind und Zucker. Ich kenne nur kurz gucken, ok? Du hältst hier die Stellung. Das ist Oktoberfest 2022. Moment! Was willst du... Einen Moment bitte, keine Interviews. Was willst du... HAH?! Was denn? Was ist jetzt hier los? Wir haben Tickets, wir sind drin und jetzt? Man darf, glaub ich, jederzeit einfach rein. Guck, die rennen da einfach rein. Die springen einfach rein. Über 30-jährige Lübner rein! Wir haben die Spielbedingungen falsch verstanden. Nur Leute, die 50 Jahre oder älter sind sollen, dann brauchen wir es. Wo gehen wir hin? Da, Pauline einfach. Okay. Ja, wir machen's. Bitte. Danke. Drei. Drei. Du bist drei Jahre nach mir geworden. Er ist drei Jahre jünger als ich. Ich bin 20 und er ist 16 und wird 17 dieses Jahr. Ich kann es nicht fassen. Ich hab Liegestütz gemacht. Ey, was? Was ist mit meinem Arm los? Wo ist der denn? Äh? Äh, mein Arm. Nee, das geht schon lange nicht mehr. Oh mein... Was ist mit ihm? Wieso kann er so lange? Oh Gott. Heilige Scheiße. Ich hab heute schon so viel Sport gemacht. Das war einfach unfair. Ich hab Hauden und Lukas gespielt. Ich hab Liegestütz gemacht. Das war einfach nicht fair. Du willst einen Grünen geben? Ja, ja, ja. Grünen. Grünen. Ja, ja, ja. Ich kann euch sagen, dass ich der erste Champion der Welt bin. 1951. Ja, schön. Digga, was zum... Ist das ein deutscher Verein? Digga, ich hab kein Mann verstanden, was der sagt. Woher kam er? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, Karate. Wie viel? Für 5. Digga, ich sag gar nichts. Ich meine, die Leute reicht nicht. Ich würd sagen, es reicht aber... Ich meine... Mein Chat, Channel und alles... Ich... Ich film dich. Ich film dich. Wie halt's... Willst du Brügelei oder was? Willst du... äh... Willst du Arm drücken? Okay, du willst Arm drücken. Gut, kannst du kurz filmen? Ist das okay? Ah, ksch... Es schnappt euch. Das wird knapper als es schnappt. Oh... Oh... Mit ganzer Körperkraft. Oh... Sehr gut, ey. Oh... Honig ist alles... Oha... Wenn ihr bewegen könnt, die Leute... Wie Honig kann... Meines Schulters... Stimmt das? Oh... 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 So, ey. Meine Schulter ist gerade fast ausgeguckt. We talk. Heul mal nicht! Oh... 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 Meine Zeit ist jetzt! Yeah! Egal was kommt, man! Ich bleib relax! Belelele! Ich schreibe im Text! Oh... 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 Also wir sind heute und morgen hier... aufm... Äh... bei Oktoberfest. Sonst... Ich fahr wieder nach Stuttgart. Und ich da wohne nicht! Ja... Eins... Ist... Noch nichts getrunken! Zehn ist... Ich konnte gleich! Wie getrunken seid ihr? Wir sind Null! Wir sind Null! Seht doch! Habt ihr euch was eingeschmissen? Ist ihnen was gedrippt? Nein! Ciao! Schönen Tag! Ich halte einfach so viel Alkohol aus! Ich bin in Jahrhunderte! Wenn die Anglerzeit gekommen sind! Ja... Ja... Bei euch dem Auto! Ja... Piano, Piano, Piano... Jaaah! Es reicht nicht zufass... Woher von? Woher von? Ich bin aus Kroatien! Okay! Hey, what is the best food in Croatia? Best food in Croatia is... Dalmatis geprschet. The wrong is burger. This is American food. Pascal, Pascal, du hast sehr gut mit mir gespielt. Warte mal ganz kurz, ist das alles unser Geld? Wir haben einen kleinen Sketch gedreht kurz. Ich möchte, dass du einmal diese Aussicht hier siehst. Jetzt guck mal! Jetzt guck mal! Jetzt guck mal das echte Leben an. Warte mal auf der Aktebahn! Wir haben was ganz Besonderes. Ich mag die. Es ist wirklich schön, dass du mich magst. Wirklich schön. Weißt du was? Ich mag dich auch. Pass auf. Es waren wirklich 8 Stunden. Wir machen morgen genau so weiter, wie wir es heute gemacht haben. Nur geiler. Hey Leute, Entschuldigung. 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 Sorry. Yes, you are. Do you know where the Boxautomat is? No, thank you. Okay, have a nice day. Bro, ich weg ist gut.